Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Energie Cottbus die Erfolgsserie von Tabellenführer VfL Wolfsburg beendet. Nach zehn Siegen kassierten die Niedersachsen auswärts eine 0 zu 2 Niederlage. Die Tore für Cottbus schossen Dimitar, Rangelow und Erwin Skeler. Die Tabelle, Wolfsburg bleibt zwar an der Spitze, hat aber an Vorsprung eingebüßt. In der zweiten Tabellenhälfte hat sich oben nichts geändert. Cottbus konnte sich auf Platz 15 verbessern, dahinter Bielefeld, dann Mönchengladbach. Schlusslicht weiterhin Karlsruhe.